Auf geht's nach Bayern. Mal wieder im Regen. Ich kann's echt nicht mehr ab, muss ich sagen. Grauenhaft. Ich glaube, der Gegner dieses Mal dürfte besser sein als der letzte. Der war nämlich grauenhaft schlecht und trotzdem habe ich verloren. Komplett dominiert. Eine einzige Chance von ihm und der war drin. Das hat er schön gemacht. Gut gehalten. Hätte er nur so im letzten Spiel auch gehalten. Kommt da Ronaldo noch ran? Nein, tut er nicht. Und jetzt läuft der Angriff wieder. Bei Bayern tut er doch nicht. Benzema. Ronaldo. 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 Bale. Zählt nur leider nicht. Abseits. Vamos. Ei, ei, ei. Kommt nicht an. Kavahal. Nach Chichors. Geht vorbei. Und zwar deutlich. Wieder Ronaldo. Ronaldo macht das 1-0. Und wieder Abseits. Da habe ich meine Zweifel, um ehrlich zu sein. Sehr große Zweifel habe ich da sogar. Benzema. Benzema. War das knapp. Wieder klar überlegen in diesem Spiel mittlerweile. Und immer noch 0-0. Ronaldo. Wenn man noch Ronaldo spielt, dann rüber zu Bale. Bale haut den voll drüber. Unternehmen. Und sonst irgendwas. Aber nicht rein. Und das ist das Problem. PP muss gewinnen. Den Kopfball muss er gewinnen. Riesenchance. Robben mit der Naschenchance. Zu Bale. Schön gemacht. Bale am Ball. Bale. Bale. Neuer im Weg. Den bringen wir mal kurz dieses Mal. Oh. Wieder Eckball. Geht kurz zu PP. Dann nach außen. James Rodriguez. Nächster Eckball. Benzema. Modric. Marcelo. Ronaldo. Immer noch Ronaldo. Modric. James Rodriguez. Benzema. Eckball. Immer noch Bale. Immer noch Bale. Oh. Verliert den Ball da. Kaval holt ihn sich wieder. Zu Ronaldo. Der stürzt im Strafraum. Wieder nichts. letzten 5 Minuten. Das hatten wir doch schon mal. Das hatten wir doch schon mal. Das ist unmöglich. In der gleichen Minute wie im letzten Spiel. Genauso gespielt wie im letzten Spiel. Absolut überlegen. Ich meine, was soll ich da machen? Also so leid es mir tut, da stimmt doch vorne und hinten irgendwas nicht. Ronaldo. Er hält natürlich. Ohne Probleme. Also ich fühle mich, gelinde gesagt, sehr verarscht. Schon wieder PP. Das war's. Kein Liga-Titel. Zwei Niederlagen jetzt wieder. Beziehungsweise drei in Folge insgesamt. Aber jetzt zwei in dieser Session. Und die muss ich ganz ehrlich sagen, ich fasse sie nicht. Ich kann's nicht fassen. Kann ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was los ist. So kann ich nicht verlieren. Das kann nicht sein. Auch hier wieder. Dritte Niederlage, wie gesagt. Ah, es bleibt so. Ja gut, es bleiben noch drei Spiele halt. Zwei Punkte brauche ich. Da, das werde ich ja wohl schaffen. Auch hier wieder die Statistik. Das ist lächerlich, was der Gegner da verbreitet. Ach, mir fehlen die Worte ganz einfach. Lächerlich. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich.